Perfekt! Mal sehen, was jetzt kommt. Hallo? Ja, ich weiß, dass ich überladen bin. Ich habe ja auch ein bisschen was, aber was kommt denn jetzt als nächstes? Ah, da hinten. Ich habe es eben nicht gesehen. Der Eingangsbereich hier. Outstanding! Das Spiel kommt damit nicht klar. So, ab jetzt ohne Musik. Der Kaktus ist zu schnell beim Bauen. Ja, da kommen wir hier an. Ich bin gespannt, ob wir das Ding noch anmalen müssen. Vier Stück sollen da noch rein. Okay, das werden wahrscheinlich die sein. Zwei noch. Okay, mir fehlt immer noch was. Da. Einer noch. Da. So, jetzt Fenster. Ja. Oder wie, oder was? Ja. Erstmal schön natürlich Marmor-Fensterbänke natürlich. Ja. Ja. So, Fenster. Ähm. Nur das teuerste hier rein. Was ist das? Zehnmal so eine Dinger. Ja. Machen wir ja, ne? Wie viel habe ich 25? So 50? Okay, Gerüst fertig machen für die Decke, würde ich sagen, oder für den Fußboden der zweiten Etage. So, jetzt müssen wir aber glaube ich wirklich nach oben. Decke a.k.a. Zwiebelraum, ja? Vielleicht auch das? Und du felling durch. Hier war doch irgendwo noch das Holz, ne? Das war doch das hier. Damit ich schon mal genug dabei habe. Und du hast sie in den Karten. Und du hast sie in den Karten. Und du hast sie in den Karten. So, dann haben wir das gleich eingeschalt und dann können wir hier, denke ich mal, Beton drauf gießen, insofern es irgendwie funktioniert. Gehe die Treppe oder richte die Tür ein. Achso. Erstmal die Türen, okay. Funkvoll. Äh. Sehr, sehr prunkvoll. Wahnsinn, sagt er. So, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich 188 Stück von den Dingern hochbringen. Ich kann aber gerade erstmal nicht mehr mehr aufheben. Also bringen wir erstmal die nach oben, die wir haben. Oder wir müssen, warte mal, ging das noch? Legen wir die erstmal hier hin, dann können wir wieder ein bisschen mehr aufheben. Ich glaube auch nicht, dass wir die nochmal brauchen. Ja, Araber sind schon wohlhabend oft, ja. Ist ja auch ein reiches Land. Aber eigentlich, reich sind da auch nur die Scheichs. Oder? So, 92 Stück muss ich kaufen. Liefer-Sensei. Ich kann nichts mehr aufheben, äh, am Arsch. Okay, jetzt brauche ich da noch mehr. Davon, aber ist vollkommen okay. Schön ist, ich kann bei Liefer-Sensei jederzeit neu bestellen. Der hat ja eine 10 Sekunden Lieferfrist ungefähr. Ich würde nochmal ein Führer-Sensei. Weißt du, da sagt einer, weißt du, das Klischee hier, Asiaten können nicht Auto fahren und so, ne? Ah, wird hier leider wieder erfüllt, ey. Muss ich leider so sagen. 58 noch. Ich kaufe einmal so einen ganzen, den Rest verticken wir einfach wieder. Gespannt, wie das Klo aussieht. So, äh, was wollen sie jetzt? Natürlich wieder, ja. Das ist ja die Frage, komme ich mit der Schubkarre da hoch, du auch, ne? Ein bisschen ist hier ja noch drin. Okay, nein. Weil sie leer ist eigentlich, obwohl da noch so was aus, man weiß das ja immer nicht bei solchen Spielen, ne? Du meinst, ich will kein arabisches Klo. Oh, okay, so schlimm. So, probieren wir es nochmal. Ah, okay. Die Schubkarre galt eben als leer. Perfekt! Du warst erstmal schockiert, okay. Oh, okay. Du bist immer bei diesen Steinen, du sagst das Spiel, nee, keine Musik mehr, ist mir zu viel. So geil. Das war's. Hier, hier fehlt noch Mauer. Ach, das soll bestimmt so, wahr? Wird bestimmt mit Treppe oder sowas. Okay, jetzt wieder das. Er wird mal eingeschalt eben, so ein bisschen. Er wird mal eingeschalt. So, du bist überladen, du brauchst aber nochmal zweimal, irgendwo sollen noch Bretter rein. Ja, okay, ja. Machen wir halt von hier, ne? Perfekt! Ja, 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 ja. Ich wollte nur mal eben gucken. Darf man hier nicht mal mehr gucken? Ich bin mal gespannt, ob wir hier noch ein Klo bauen oder nicht. Wenn du sagst, das war sehr schockierend. Ich bin mal gespannt, ob wir hier noch ein Klo. Ich bin mal gespannt, ob wir hier noch ein Klo. Ich bin überladen, nein, bin ich gar nicht. Okay, jetzt kriege ich das da irgendwie nicht rauf. Ah, benutze Kran, ja. Nee, nee, nee. Wie war denn das noch mit dem Kran? Das rächtet mir grad auch nicht, ne? Äh. Ah, ja. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. So wird ein Schuh draus. Oha, was mag die Bengel in mir Krohn! Stell den Krohn ab! Okay, was soll da hin? Sieht aus wie ne Mauer, aber die haben wir hier noch nicht, ne? Äh, okay. Ich geh erstmal raus, guck mal weiter. Was er da von mir will. Weil er zeigt es mir oben auch nicht wirklich an. Ah, okay. Er will einfach Teile, die aus dem Nichts kommen, dass ich die verbaue. Machen wir. Falsches Material, ja, hab ich mir irgendwie schon gedacht. So warte, ich kam mit dem Feuerhaus bei seiner Schwester an, sagte ich müsste dringend auf die Leather. Er zeigt auf die Tür. Ich mach die Tür auf, guck rein. Mein erster Gedanke, was zur Hölle ist. Das. Klo. Ich geh Fragen heraus, guck mich Fragen an, was ist das Problem? Ich sag, ey, wo ist das Klo? Er zeigt dann auf ein Becken im Boden, du hockst dich drüber. Das ist aber nicht das Klo, sondern auch Dusche. Da steht man dann auf dem Fuß irgendwo, also man scheißt in der Dusche. Kann man machen, muss man nicht. So, was brauchen wir denn? Was will er jetzt? Die hier oder was? Ne, die. Neunzehn Stück kaufen. Zwanzig. Zack. Hallo Liefer-Sensei. Puste mal ein Bild, na, da bin ich ja mal gespannt. Parrot, ich weiß nicht. Also, die hier ist das Problem. Das ist ja auch nicht. Mach auf Pound. Untertitelung des ZDF, 2020